Achtet mal drauf, warum das Video läuft ab und zu. So, Jain, du bist meine Freunde. Majestus Meetup geht ganz wild. Ich und Heid haben eine halbe Jägermeister geknallt. Jetzt sind wir im Video auf. 10 Fragen. Der Verlierer von diesen 10 Fragen muss ein Ei trinken. Ein rohes Ei. Hier. Hört man das schon an? Gar kein Bock. Rohes Ei essen, trinken, wie auch immer. Ja, 10 Fragen werden gestellt und ich würde sagen, wir gehen rein. Okay, top. So, die erste Frage. Wie viele Knochen hat ein Pferd? Insgesamt. Hast du? Ich hab. Aber 3. 1, 2, 3. 5,000. 200. Was? 55. Wie viel hat das? Digga, lacht mich aus. 250. Oh mein Gott. 15.000. Typ. Warte mal. Wie glatt der Mensch. Digga, du hast fast Punktladen. Okay, 1, 0 verhalten. Zweite Frage. Wie viele Stufen hat der Eiffel Turm? Boah. Stufen, ne? Ja. Okay, ich hab. Ich hab. Ich hab. 1, 2, 3. 500. 1400. 1665. Digga, hä? Digga, gegen Heiden. Er ist voll gut. Er macht fast Punktlandung. Ja, schlau. 500 ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Bruder, ich dachte vierten Stock, das sind so 50. Und ich wusste halt so, weißt du was ich meine? 2, 0 für mich. 2, 0 für mich. Weißt du? Ich hab schlecht gerechnet. 2, 0 für Heiden. Digga, ich krieg so ne Schelle Digga. Und dann kommt sie gleich. In welchem Jahr kam das erste iPhone auf den Markt? Erste iPhone, ne? Ja. Ja, ich hatte bis jetzt nur iPhone. Ich weiß das. Junge, hack doch Digga. Ich weiß das. 1, 2, 3. 2006. 2007. Boah. Punktlandung 1. 2007. 3, 0. Digga, ich gib mir 3, 0 Digga. Boah. Digga, Junge. Erste Frage, 5 daneben. Zweite Frage, irgendwie 100 daneben. Und dritte Frage, Punktlandung. Bruder, chill doch mal. Sag doch, dass du eine Bestie bist in Intelligenz. Hab ich mir rausgesagt. Ich dachte, wir haben halbe Igrau jetzt zusammen getrunken. Wolltest du gleich nur klar denken? Oh, noch dein Trick. Erstmal Rille machen und dann antreten. Ja, weißt du was weiß ich. Ich dachte, Trick. Emma. Nein, nein. 3, 0 Digga. 3, 0. Okay, jetzt. Jetzt, Mann. In wie viele Zeitzonen ist Russland eingeteilt? Okay, ich hab. Okay, ich bin spielig zu uns. Guck mal, Bruder. Ihr wisst, wie groß Russland ist. Ich hab. Okay. Ich hab. 3, 2, 1. 2, 1. Zeigen. 3. 2. 2. 1. 11. Ja. Aber ich dachte auch an diese. 11. Aber 11. Aber 11. Ich dachte auch an diese Zeit. Ich dachte nur an Zeitumstellung. Ich dachte nur an Zeitumstellung. Ja, 3, 1 Junge. Verstehst du das? 2. 2. 3. 3, 1. Ja, komm. 3, 1. Kannst du das überhaupt lesen? Ja. Ich lese immer erstmal vor und dann lese ich 2. Ja, ja. Du musst manchmal ein bisschen lauter reden. Also, fünfte Frage. Wie viele Brücken gibt es in Hamburg? Wir sind heute durch Hamburg durchgefahren. Weißt du, das wäre so ein Pluspunkt für mich. Wie viele Brücken? Ja, Brücken. Ich nehme mal an, jede Art von Brücken zählt. Ja, okay. Ich hab. Hast du? Ob klein oder groß. Warte, warte. Also, ich denke mal alle Brücken. Ob klein oder groß. Alles. Okay, ich hab. Hast du? Ja. Auf 3. 1, 2, 3. 40. 30. 2.500. Boah! Junge, das ist Comeback, Digga. Du frisst, du leckst dieses rohes Ei, Digga. Mann. Ja? 3, 2. 3, 2. 3, 2. Okay. Sechste Frage. Bin zu glücklich, ich glaubst du was? Ich tat den Zischessel komplett. Aber nee, gar nicht. Ja, komm. Für wie viel US-Dollar wurde das teuerste Buch der Welt versteigert? Krieg ich ab. Ich auch. 1, 2, 3. 800.000. 42 Millionen. 80 Millionen. 80 Millionen. Nein! 80,8 Millionen. Ein Scheißbuch. 80 Millionen. Du musst immer so denken, für das teuerste Buch musst du immer ruckdenken. Ja, stimmt schon. Digga, ein Buch. 80 Millionen, Digga. Warte mal, wie viel steht's? Ich hör dich nicht mehr. Digga, schlauze, Junge. Wie viel steht's echt? 4, 2 für ihn. Warte mal, läuft's noch? Passt. Digga, Junge. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich schwör, er frickt mich, Digga. Intelligenz, Digga. So, siebte Frage, Männer. Du wüsst, was ein Geopath ist, ne? Ja. So, wie schnell kann ein Geopath maximal laufen? Ey, war alles glücklich? Nein, Junge, du bist ruhig. Kick ab. Auf 3. Junge, er ist schlau, man. 1, 2, 3. 132 km. 72 km. 100 bis 120 km. Ich hab... Warte. Was hast du? 132. Wir machen 120, ne? Damit das die noch schwanger wird. Oha! 100 bis 120. Du hast 72? Ja. Ich hab 130. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab einfach gewonnen. Wie versteht's? Aber wenn... 4, 3, ne? Siebte Frage? 4, 3, 4, 3. 4, 3. Ja. Ja, 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 ja. Es kommt mit Boom. Und dann... Du hast das Ganze gefüllt und dann Boom. Dann kommt zack aus dem Hinterhalt. Boah, jetzt kommt eine interessante Frage. Die 8 ist es. Wie viele Sprachen gibt es auf dieser Welt? Auf der Erde. Boah, Alter. Zählt auch Duanga Kalinga mit Stange? Mhm. Ich weiß die noch. Genau, die Sprache ist außer hier aufgelistet. Und Oberweber Entertainment aus Tass zählt auch. Okay, wir machen... Also machen wir... Einfach mal übertreiben. Ich weiß drauf. Es steht 4, 3. Außer Bedeckung gekommen. Drei? Ja. Okay. 1, 2, 3. 5.250. 6.500. Boom! Das steht für mich! Schiff! Bruder, ich hör dich auf einmal! Ich hör dich auf einmal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt! Komplett auf selber Deko! Jetzt gehen wir rein, Digga! 4, 4! 4, 4! Ja, Digga! Bei 5, 5 haben wir gesagt... Bei 5, 5! Schenk-Shan schon bis 1! Bis 3! Bis 1! Okay, bis 1! Bis 1! Bis 1! Getsch! Gewinn! Und dann bin ich auf der besten Seite! So, 9. Es geht um Berlin! Berlin! Es geht um Berlin, Beggy Bexson! Berlin nicht! Ich würde gerne mal von dir eine Antwort hören! Was denn? Beggy mach danach die Antwort, okay! Hör gut zu! Aber nicht lesen! Hör gut zu! Es geht um Berlin! Und zwar... Wie lang war die Berliner Mauer? Von der Länge her? Von der Länge her? Ja! Von A nach B, also insgesamt... Was machen wir denn? Meter oder Kilometer? Meter oder Kilometer? Ja, das wäre gut. Kilometer würde ich sagen. Kilometer, ja, ja. Ich hab, ich hab. Warte, nein, warte, was? Ah, okay, ich hab. Hast du? Kilometer, ne? Hast du? Ja. Oh, drei. Eins, zwei, drei, sieben. Zwanzig. Beides mehr mit 160 Kilometer. Ja! Sieben, Bro. Sieben, Digga. Das war ich nicht mal zur Arbeit, Alter. Sieben ist mal schloss. Sieben ist gar nix, Bro. Bro, ich wollte am Anfang 70 machen. Ja gut, 50 ist auch die beste, aber ich bin höher. Digga, Taschenhändler geschmissen, ich wollte 70 machen. 120, 20 ist zumindest schon mal von einer Stadtseite in die Stadtmitte. Digga, jetzt. Matchball für dich. Matchball, so wie ich dich frage, bitte, Digga, bitte mal. Digga, Ose Eisenhardt, Digga. Die letzte und zehnte Frage. Ich kotze doch schon. Ja, aber das muss ich nur zweimal kotzen. Was? Okay, warte mal. Diese Brille bringt Unglück. Und ja. Okay. Letzte Frage, ne? Ja, bitte. Wir sind ja in keinem Matchpoint oder so. Okay, hört zu. Zehnte Frage. Wie viel Prozent der Fläche von Island sind eisfrei? Okay, ich hab. Ich hab. Ich bin mir sicher. Auf drei? Ja, eins. Zwei, drei. Zehn Prozent. 14. Das war im Matchball, ne? 15? Ja! Ja! Jawoll! Ich hab den Hoffs genommen! Jawoll! Ach, geil! Ach, geil! So! Der ist so gebraut, der Typ. Ich verliere immer, Digga. Wie schön auswackelt. Dafür bleib ich sogar noch nicht stehen. Bruder, mein Pokal, Digga. Ey, Bruder. Gib mal mich schon mal. Lecker, Bruder. Du hast nur Schadenfreude, Digga. Du hast nur Schadenfreude, Digga. Du hast nur Schadenfreude, Digga. Wie kurzer. Weg! In den Kopf und weg damit. Nicht lang, schnacken. Komm für nachher. Bruder, einmal auf meinen Channel gewinnen, ja. Einmal gewinnen. Hast du noch nie gewonnen? Komm, mach, Junge. Ja, Bruder. Du brauchst das so. Warum hat er jetzt? Ich will noch sehen. Durch das Salz zu nehmen. Schluck runter, Schluck! Schluck, Bruder. Jetzt kannst du auch noch, oder? Ich hoffe, dass du wieder tippst. Lass ein Like, dann lass ein Abo da. Und nächstes Mal bist du halt auf einer reingekommen. Das haben die so... Was musst du trinken? Wo ist alles? Go easy, ey! Ich bin da.